Der diesjährige 13. Neigschmecktmarkt in Reutlingen stand ganz im Zeichen des Streuobstes. Mit Produkten und Informationen rund um diese besondere Bedeutung von Streuobstwiesen lockte einer der größten Regionalmärkte Baden-Württembergs am Sonntag wieder tausende Besucher in den Stadtgarten und die Plani. 170 Marktbeschicker präsentierten ihre Waren, im Mittelpunkt dabei immer regional und bio.